Seit seinem 15. Lebensjahr kann Walter Fowler vom Radfahren nicht genug bekommen. Der 89-Jährige ist schon quer durch Großbritannien und Europa geradelt. Doch Walter verspürt den Drang, an Wettkämpfen teilzunehmen. Mit 74 Jahren beginnt er eine Karriere als Radrennfahrer. Dort sammelt er zahlreiche Siege und Titel. Walter selbst hält sich für den ältesten Bahnradsportler Großbritanniens. Doch dabei soll es nicht bleiben. Der Marketingmanager im Ruhestand will noch bis in seine 90er Jahre Radfahren und an Wettkämpfen teilnehmen.